Heute sind es sieben Sonderprüfungen. Heute sollten wir die Kunde mit Ihnen mal vorfinden. Rallye-Nachmittag am Freitag-Nachmittag. Wir haben hier natürlich im Vorfeld schon diverse Voraushaltos gesehen unter anderem jetzt wieder Doppeltunen aus Kärnten. Günter Jormann und Horst Dabels, ich bin wie M3. 36, die haben die Reifen schon ein bisschen aufgewärmt, aber ich glaube, Günter, ich glaube, du musst ein Strichl machen, es hilft nichts. Jawohl! Jawohl, und am zweiten, der Briten-Gang auch. Oh, jeder. Ja, wie heißt... Jawohl! Jawohl, und amTal! Jawohl! Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020